Ich werde eine zusätzliche Beschriftungsebene in meine Diagramme einfügen. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Diagramm-Tutorial. Nachzulesen gibt es das rauftheosblog.com vom 8. November 2013. Und da steht dann auch die Übungsdatei zum Download bereit. Ziel ist es, hier in meinem Balkendiagramm nicht nur die Werte von 0 bis 10 abgetragen zu sehen. Ich habe hier Werte. 5 ist der Normalwert. Die Meinung hat sich nicht verändert. Das sehe ich hier auch. Ich bin immer noch der gleichen Meinung. Ich habe bis 10, ich bin dieser Meinung nach dem Seminar stärker denn je und 0. Ich bin nicht mehr meiner Meinung, also meiner ehemaligen Meinung. Und ja, das möchte ich hier zusätzlich als Beschriftungsebene eingefügt wissen in dem Diagramm. Und kann natürlich hier auch noch mehrere Ebenen von Triff zu bis Triff nicht zu, von ganz oder gar nicht. Ja, kann ich das hier zusätzlich laufen lassen. So, ich kann hier die Texte ändern. Ich bin nicht mehr meiner Meinung. Ja, und dann wird das hier automatisch korrigiert. Doch wie erstelle ich das Ganze? Dass wenn hier die Skalen angepasst werden, wenn ich hier aus der 10 eine 8 mache, dass die Beschriftung hier automatisch sich an den Punkten orientieren. Ich habe installiert das Add-in XY Chart Labeler. Damit kann ich nachher diese Beschriftungen durchführen. Und nun werde ich das ganze Diagramm einfach erstmal nochmal erstellen. Und das notwendige Vorgehen hier Schritt für Schritt zeigen. Ich habe hier meine Fragen, fünf Fragen von Kunde, normalen Verkäufern und Top-Verkäufern. Und habe hier ein paar Antworten auf diese Aussagen. Und das ist die Einstellung dazu. So, ich markiere die Überschriften. Ich markiere die Daten und die Fragen. Und erzeuge daraus mit Einfügen ein Balkendiagramm. Ein normales gruppiertes Balkendiagramm. Und bekomme dann hier ein Balkendiagramm von 0 bis 10. Von 0 bis 12. Ich habe Werte bis knapp 9. Und das ändere ich schon mal als erstes. Rechte Maus, dass du drauf Achse formatieren. Keine Werte bis 12. Ich mache es bis 10. Oben möchte ich die 0 sehen. Und vielleicht Hauptintervall 1. Lassen wir es mal so. So, ich schließe es oben wieder. Ich habe also nun mein liegendes Diagramm. Könnte es umfärben. Mache ich später. So, die Legende vielleicht noch zur Seite geschoben. Natürlich aussagekräftige Diagrammtitel. Hier oben drüber aussagekräftige Diagrammtitel. Ohne das gebe ich ein Diagramm natürlich nicht raus. So, einfach auf den Text da oben verknüpft. Natürlich präsent irgendwo immer an die gleiche Stelle platziert. Und das vielleicht auch nach rechts unten ein bisschen verkleinert. So, und jetzt will ich hier unten die Texte sehen. Moment. So, doch noch ein bisschen. Ja, ich habe da noch Platz ein bisschen vergrößert. Ich will da unten die Texte sehen. 0, 5, 10. Habe ich geschrieben, markiere ich, Steuerung C gedrückt. Ich klicke mitten ins Diagramm rein, drücke Steuerung V. So, jetzt wird mir hier einfach was ergänzt. Was ist denn das? Das ist Datenreihe 4. Datenreihe 4. Keine Ahnung, was das soll. Brauche ich nicht. Ich klicke mit rechts auf diese Datenreihe 4 und wähle aus Datenreihen-Diagramm-Typ ändern. Ich wechsle also von Balken auf nicht gruppierte Balken, sondern auf die Punktwolke. XY Punktwolke. So, und das Ganze wird dann sofort in die Sekundärachse gepackt. Das heißt, ich habe hier ebenfalls eine Achse von 0 bis 12 laufen. Und die Punkte, ja, die wähle ich mal an. Die werden jetzt hier irgendwie reingelegt. 0, 5, 10. Ah, so, in der Höhe. Nein. Ich klicke auf Entwurf, dort auf Daten auswählen, um jetzt zu sagen, wo denn die wirklichen Daten sind. Ich wähle diese Datenreihe 4 an. Das sind ja diese Punkte. Klicke auf Bearbeiten. Lösch die x-Werte einmal. Und dann nehme ich die 0, 5, 10 als x-Werte. Die waren nämlich gerade die y-Werte. Und die Nullen, die ich hier neben geschrieben habe, das sind meine y-Werte. Das heißt, die Höhe 0. Auf 0, auf 5, auf 10 liegen nun diese Punkte. So. So, die Punkte sind markiert. Die Punkte will ich gleich gar nicht sehen. Die Punkte werde ich gleich entfernen. Ich entferne erstmal die zusätzliche Achse, draufgeklickt entfernen und auch in der Legende Datenreihe 4 will ich doch gar nicht sehen. So, aber ich will draufklicken und diese Punkte als Basis für die Beschriftung nutzen. Und zwar nehme ich meinen xy-Chart-Labeler, klicke auf Add Labels, wähle nun bei Select a Label Range für Datenreihe 4, wähle nun diese Texte hier. Drunter packen, nicht above, sondern below, klicke auf OK. Nun stehen die Texte hier direkt auf den Zahlen der x-Achse. Ein bisschen tiefer müssen die also mit Move Labels. Wähle ich mal aus, dass jeder Klick hier auf einen Pfeil 10 Punkte das Ganze nach unten bringt. Und damit bin ich zufrieden. So, das sind jetzt noch hier so Datenverbindungspunkte. Die kann ich ja vielleicht mit der Entfernen-Taste wegnehmen. Die Punkte jetzt nicht mit Entfernen, sondern, ich drücke mal STRG 1, die Punkte muss ich anders formatieren. Ich klicke aufs Eimerchen, Aufmarkierung, keine Füllung, keine Linie. Damit sind die unsichtbar. Und die Achse, die möchte ich doch wieder, mal mit rechts draufklicken, habe ich doch nicht das 1er-Intervall eingestellt. So, ja, 1,0, keine Nach-, also möchte die Werte vielleicht auch nicht zweistellig sehen. Gehe ich auf Zahl, ohne Dezimalstelle. Ja, jetzt habe ich hier mein Diagramm mit Beschriftung unten, und zwar immer genau auf der Mitte des jeweiligen Punktes. Hier, der ist auf der 10, der ist auf der 5. Sollten sich die Texte ändern, werden automatisch diese Texte verändert. So, diese Formen selber, die kann ich, ja, ich sehe gerade, die kann ich hier gerade nicht in der Breite ändern, doch nicht verzagen. Mal gucken, rechte Maustaste drauf, Daten rein formatieren, nein, ich klicke mal oben auf Format, dort auf Auswahl, ich habe ja was ausgewählt, formatieren, dort die Textoptionen, dort auf Textfeld, dort Größe der Form dem Text anpassen, nein, also nicht automatisch. Den Haken da unten auch noch raus, habe ich jetzt die Möglichkeit hier die Felder anzupassen, das heißt, ich habe hier immer noch eine Verknüpfung, ja, kann aber die Höhe und Breite dieser Felder einstellen. Mal gucken, ja, hier, dann platziere ich sie aber wirklich händisch. Verknüpft sind sie aber immer noch, ich mache mal da ein Dreimal A rein, ist immer noch verknüpft. So, das heißt, ich habe hier diese Haken, na, jetzt habe ich sie ja händisch verstellt, also, ich habe hier diese Haken gesetzt gehabt, damit kann ich es auch wieder auf die ursprüngliche Form zurücksetzen. Also, tolle Möglichkeit, seine Diagramme zusätzlich zu formatieren. Ich hoffe, ihr habt Anwendungsfälle dafür. Viel Spaß beim Nachbasteln, bis zum nächsten Video.